Unleash the beast Okay, ich habe die Technik nicht ganz so gut drauf, aber egal, wir sollten auch so gut durch den Jungle kommen Jetzt machen wir hier noch unseren Level 3, dann wo kriegen wir das schon Level 3? Ich habe eine Katze Ich habe auch eine Muschi, aber keine Katze So, was haben wir denn überhaupt im Team? Einen Vega Oh, was ist denn das? Was war denn das jetzt? Was war neu? Was hat das zu bedeuten, kann mich einer aufklären? Okay, wir sind noch nicht Level 3 Machen wir die Wölfe noch Die habe ich jetzt vergessen, ne? Jaja Schade Aber ich will trotzdem zuerst die Mitlenker ganken Was? Acht Bruder muss los, warum? Warum muss denn der jetzt schon los, Alter? Bist doch gerade erst gekommen Ich will meinen Smite eigentlich noch für die Krabbe haben Deswegen habe ich da jetzt mal nicht gesmited Heute ist, äh Finale von The Bachelor Paradise Und wir wollen mein Weibchen gucken Aber die ist noch nicht da Gehen wir auf den Pantheon Okay, ne, wir gehen nicht auf den Pantheon Oh, die hat sogar kein Manor Hm Da hat er ein bisschen geschlafen, der gute Vega Nein, ich kenne keine Menschen, die ihre Hunde ficken Aber das ist gerade nicht widerlich, ne? Voll eklig, Alter Was geht? Moin Bronze Was geht? Alles fit? Danke schön Lol Hat der jetzt den Watt nicht gesehen? Wie dumm ist er denn gewesen? Holy shit Aber ich werde wahrscheinlich die komplette nächste Woche nicht streamen können Weil ich nicht zu Hause bin Ich werde dann wahrscheinlich komplett auf Montage sein Bei mir geht's, mir geht's super Mir geht's Töfte Gesteelt Ja, Clunky, dann hat der Mike AP auch gesagt Dass der sich ein bisschen Clunky anfühlt Was sind das hier für Symbole, Alter? Oh, der ist dann war ein bisschen früh, Alter Ok Ich musste zwar flashen, aber egal Arschgeleckt Ich weiß, eins von beiden würde fehlen Ich weiß, eins von beiden würde fehlen Ich habe mich gekillt In Riven Ja, da war jetzt halt hier eine Ult und da eine Ult, ne? Alle, äh 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 waren halt tot. Sorry, in zwei Tagesabständen. Ja, aber in zwei Stunden Part, in zwei Tagesabständen ist ein bisschen krass, oder? Äh, ich streamen täglich, äh, Seiko. Ja, die haben den Tower schon down. Nice. Wo geht? Die haben mich voll in ihre Richtung geschossen, die Dosen. Oh shit. Geh weg da. Mehr konnte ich leider nicht machen, Alter. Gut, sorry. Geh weg da. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Und ich möchte viel Mana. Ah ne, da geht man immer hin. Also ich werde da nicht mehr hingehen. Ja, gut, okay. So, wir sehen. Ich glaube nicht, dass ich da was viel machen kann gegen die. Sollte ihr nicht sein? Oh, doll. Ja, GG, ich bin tot. Nein, meine Puppe. Nein, meine Puppe. Nein, die tötet die nicht. Come on, come on, come on. Jawohl. Nice. Wo ist die Riven denn? Wo the fuck ist die Riven? Der flammt mich jetzt vielleicht bestimmt vom Ding, weil ich die in den Kill geklaut habe. Oh, shit, geil, 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 geil. Nice. Get snacked. Okay, die Dings hat sich dann noch aufgebildet. In mir, bro. Bin ich geflasht? Bin ich geflasht? Nein, bin ich nicht. Jetzt bin ich geflasht gewesen, ne? Du bist Riven, mein Fräulein. Fräulein Riven. Riven to the dance floor. Du bist so hoch, tot. Ja, ich habe einen Gegner getötet. Hat er das? Was besser? LOL, Heroes of the Storm oder Dota? Oder Smite? Ich habe keine Ahnung, was Dota, Smite oder Heroes of the Storm ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich habe mal, ähm, also Dota, ich weiß schon, was Dota ist, so sind nicht, aber, äh, ich habe es noch nie gespielt, deswegen kann ich da auch keine Aussage zu treffen. Äh, Heroes of the Storm ist dieses, dieses Abklatschding von, 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 von Dings, ne? Finde ich eigentlich ganz cool, weil da wirklich viele, äh, Dings sind. Ihr Jump ist raus, ne? Die macht ja überhaupt nichts mehr, Alter. Ich glaube, die hat gar keinen Bock mehr. Ähm, moin Heiko. Smite ist so ein Ding mit Gürtel und so, habe ich, habe ich schon mal gesehen, habe ich aber wirklich auch noch nie gespielt, keine Ahnung, kann ich auch nichts zu sagen. Ähm, und was war das noch? Ja, das war halt. Ähm, kann ich halt, wie gesagt, nichts zu sagen, weil ich keine Ahnung habe von wegen, wie die Spiele sind. Was denn hier, dummer Drache, nimm doch mal den Dings hier, meine Puppe, du Saftsack. Guck mal, seit wann, setzt er sich denn am Boden, Alter? Was ist mit dem Drake los? Heroes of the Storm und LOL, was? Also, von der Bruiser-Botlane finde ich irgendwie krass, merkwürdig krank. Aber wie gesagt, ich finde, dann, äh, dann habe ich früher schon mal öfter mal gesagt, ne? Was so in der LoL-Gesellschaft, sag ich mal so, als, als Troll angesehen wird, ne? Funktioniert aber komischerweise meistens, ne? Wo die ersten Leute Jasu auf Botlane gespielt haben, da hat's auch funktioniert, ne? Und diese Troll-Sachen funktionieren meistens sogar echt gut. Und deswegen, warum nicht so Bruiser, ne? Und vor allem, Bruiser sind ja eigentlich mehr oder weniger da, um den ADC wirklich zu bedrohen. Das wiederum bedeutet ja, von wegen, dass der da eigentlich super gut aufgehoben ist. Wo bin ich? Oh Leute, ich stehe auf der Seite. What the fuck? Das war Klaus. Das war Klaus. Das war fucking Klaus. Oh, jetzt kommt die Tristana, aber glaubt, die töte ich noch. Aber in die Lobby mit dir. Fürchtet mich, ich bin ein Chaco. Ich kann da jetzt gerade nicht viel machen. Achtung und neunzig Schaden, Alter. What? Holy shit. Holy shit. Alter, macht ihr ein Damage, Mann. Holy shit. Donald Trump, moin, was geht? Ist das alles legal? Natürlich ist das alles legal. Okay, ich hab den Damage nicht gekriegt. Oh no. Okay. Ich hab den Damage nicht gekriegt. Okay, mehr kann ich mir gerade nicht machen, oder? Oh shit. Häfter, mach mit hier. Hab ich, easy. Und Leona hat keine Rücken. Jetzt müssten wir hier eigentlich nur wieder Zeit rausschaffen und der Umwelt müsste einen hinter oben in den Spiel pushen. Ja, dann bestellt er doch mal über meinen Amazon, ne? Ich verstehe das, ne? Weil dann kriege ich da eine kleine Provision, Alter. Und für dich ist das halt dasselbe. Und bei Amazon ist es am wesentlich am günstigsten. Du weißt, was ich meine? Ja, das war halt jetzt, oder? Zack, Junge. Was ist da los, Alter? 20 zu 4, Alter. Kurva. Übel. Ja, über irgendeinen Link, ähm, in der Videobeschreibung kannst du dann, ähm, also, du musst nur über einen Link von meiner Videobeschreibung auf Amazon kommen. Und dann kannst du dir alles bestellen und ich kriege dadurch dann eine Provision. Alter, ich hab 20 zu 4 in einem Rank gespielt, Alter. What the fuck, man? Chaco, den ich seit Jahrhundert nicht mehr angepackt hab.